Sehen mehr wie Gesichter aus. Beschaff einfach das Zeug, Willi. Oder ich muss dich ersetzen. Und weiter geht's mit Lego City Undercover. Hallo Chase. Winnie hat mir verklickert, dass du jetzt ganz hoch bei ihm im Kurs stehst. Keine Sorge, ich bin nicht eifersüchtig. Ist er da? Er sagte, er wollte sich mit irgendeinem Privatkäufer treffen. Ja, um ehrlich zu sein, bin ich ein wenig besorgt. Der Typ, mit dem er sich trifft, war mal die Nummer in der Stadt, bevor sie ihn eingebuchtet haben. Jetzt, wo er raus ist, hoffe ich, dass er Winnie nicht aus dem Weg räumen will. Soll ich nachsehen, ob bei Winnie alles okay ist? Wenn Winnie rausfindet, dass ich jemanden geschickt habe, wird er stinksauer. Hm. Er darf's also nicht erfahren. Ich weiß nur, dass sie sich draußen in Paradise Sands treffen wollten. Such dir einfach eine erhöhte Position, dann entdeckst du sie vielleicht. Gut. Danke, Moe. Nein, ich hab zu danken. Okay, das ist ein guter Hinweis. Irgendwas führt Winnie im Schilde. Oder? Oder zumindest sein Kontaktmann, den er heute treffen wird. Und wen er heute treffen wird, das werden wir jetzt in dieser Folge erfahren. Doch dazu müssen wir erstmal nach Paradise Sands. Und von dort aus auf eine erhöhte Plattform, damit wir ihn beobachten können. Und dann wissen wir auch, ob ihm irgendetwas zustoßen wird. So, da vorne ist schon der Einsatzort. Perfekt. Wow. Das ist also das Hotel von Franks Eltern. Die müssen Kohle haben. Gut. Ich muss auf das Dach gelangen. Hä, ist auf dem Dach Frank und sein Pferd? Entspann die etwa? Ich dachte, die sind im Einsatz. Genauso wie wir. Ah, zurück in fünf Minuten. Ich hab keine fünf Minuten. Da muss ich wohl auf die harte Tour hoch. Okay. Wir nehmen jetzt den schnellsten Weg nach oben. auf das Gebäude von diesem schönen Hotel. Das Honey Hotel. Das Hotel von Franks Eltern. Und ich weiß auch nicht. Könnt ihr euch vorstellen, warum Frank gerade nur faulenzt? Der ist doch genauso ein Polizist wie ich. Ein Cop. Und wir haben einen wichtigen Auftrag. Wir müssen Rex Fury aufhalten. Was macht er? Nichts. Was meint ihr? Warum arbeitet Frank nicht? Hat er Urlaub genommen? Wurde er wieder versetzt von unserem Chief Dunby? Schreibt mir eure Ideen gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr schreiben werdet. Lasst uns gemeinsam rätseln, was Frank da oben also macht. Okay. Wir holen uns erstmal den Farbwechselner, damit wir diese Bienen hier in der Mitte des Raumes oder im Außenbereich aktivieren können. Und, wow. Hey, Moment, Moment. Nicht so schnell. Wir wollen doch mit nach oben. Komm mal runter, Bienchen. Biene Maya. So, Biene Maya, warte mal kurz. Es geht nach oben. Rüber mit uns. Und hier können wir anscheinend trainieren, wenn wir wollen. Komm, das machen wir. Direkt mal boxen. Bapapapapapam. Sehr gut. Eins von drei. Schön langsam. In den Fitnessclub kommen nur Mitglieder. Aber ich bin ja fit. Natürlich sind sie das. Sie wissen sicher nicht mal, wie man die Geräte richtig bedient. Ach ja. Natürlich wissen wir, wie man diese Geräte richtig bedient. Schau mal. Jetzt zeigen wir dir mal, wie wir laufen. Und zwar, wie schnell wir vor allem laufen können. Ja, das macht das harte Tränen bei der Polizei. Siehst du? Zwei von drei. Und ich glaube, wir müssen noch die Handeln aktivieren. Oder das mal machen. Damit uns dieser Fitnesstyp glaubt, dass wir trainiert haben. Und auch fit genug sind, um diesen Bereich hier zu betreten. Eieiei, was man nicht alles tun muss, um sich zu beweisen. Na gut. Und das letzte Mal. Perfekt. Naja, um ehrlich zu sein, bin ich Cop. Aber weil wir undercover sind, kann ich ihm jetzt schlecht meine Dienstmarke zeigen. Okay. Hier holen wir uns erstmal Dynamit. Dynamit kann man immer gebrauchen. Und dann können wir das auch hier einsetzen, um diese Tür zu sprengen. Ich hoffe, er ist nicht böse auf uns, dass wir das jetzt tun. Yeah, super. Und hoch mit uns. Oh, Aufstuhlmusik. Aufstuhlmusik. Aufzugmusik meine ich. Perfekt. Hey, Honey. Frank. Hallo, Chase. Hast du dich im Hotel meiner Eltern einquartiert? Nein, ich suche nach Vini Pappalado und Rex Fury. Hm. Ich kann mal im Gästebuch nachsehen. Das ist nicht... Egal. Hast du von hier oben aus irgendwas Verdächtiges beobachtet? Nö. Da war nur dieser komische Hubschrauber, der vor ein paar Minuten hier vorbeiflog, um dann auf dem Gebäude gegenüber vom Herbert Hotel zu landen. Beim Herbert Hotel? Dann muss ich da hin. Hey. Hey, was spricht denn gegen das Hotel meiner Eltern? Ob das wohl mit dem Gast zu tun hat, bei dem sich die Schokolade auf dem Kissen als Kakerlake rausstellte? Tut mir leid, Frank. Du kannst da gerne weiter abhängen, aber wir müssen weiter. Das Herbert Hotel. Und da gegenüber sollte sich vielleicht Vini Pappalado aufhalten mit seinem Kontaktmann. Zumindest hat da Frank etwas Auffälliges beobachtet. Da ist eine Hubschraube gelandet. Hier der Hinweis an euch. Falls euch die Folge gefällt, lasst doch einen Daumen hoch da. Ja, vielen lieben Dank für eure Unterstützung und eure Liebe. Ganz genau. So. Das Huhn bringt uns sicher auf die andere Seite. Jetzt befinden wir uns hier irgendwo auf einem anderen Hotel. Aber das Hotel ist nicht das, auf das wir eigentlich hinwollen oder landen wollten. Es geht natürlich weiter. So. Hier sollte mal jemand die Blumen gießen. Zum Glück bin ich da als Farmer. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Ah, okay. Das ist so eine kleine Abdeckung. Und damit können wir hier... Na, jetzt habe ich es fallen gelassen. Upsala. Upsala. Oh. Da gibt es nur noch einiges zu holen. Ein paar Stats. So, noch einmal. Wir müssen das nämlich hier blockieren. Diese kleine Fontäne. Damit die Fontäne stärker wird. Denn je mehr wir abdecken, desto mehr Druck wird aufgebaut. Und das muss ja irgendwo raus. Das heißt, wir werden eines dieser Dinge offen lassen. Und ich glaube, durch diesen Wasserstrom, durch diesen Wasserdruck, kommen wir nach oben. Okay. Hier öffnen wir den Safe. Und da finden wir eine weitere Abdeckung. Und hier haben wir noch irgendwas zum Aufbauen. Müssen wir auch gleich gucken. So. Das kommt da rein. Jetzt schauen wir uns das drin mal kurz an. Das könnte ein Farbwechser sein. Oh nein. Das ist was anderes. Ich dachte, das wäre ein Farbwechser. Mhm. Eins fehlt aber noch. Ah. Wir suchen also eine Spur. Und wahrscheinlich werden wir anhand der Spur dann herausfinden, wo das letzte. Und damit auch das dritte. Dieser Teile ist. Die dritte Abdeckung. Wahrscheinlich da im Schränkchen. Da habe ich mir schon fast gedacht. Sehr auffälliges Versteck. Und das nehmen wir mit. Und legen das hier da rein. Perfekt. Wir können weiter. Dazu einfach nur nach oben. Und wir befinden uns auf dem anderen Dach. Super. Hier geht es vorsichtig rüber. Oh. Hier läuft gute Musik. Rock'n'Roll. Wuhu. So. Ah. Eine Brücke. Oder eine Leiter besser gesagt. Eine Brücke ist das nicht. Und ein Superstein. Den holen wir jetzt auch gleich. Wer weiß, was wir in diesem Let's Play hier noch alles aufbauen müssen. Um unsere Mission hier zu schaffen. So. Den Satelliten machen wir kurz kaputt. Und wir sliden runter. Oh. Seht ihr das? Ich habe gerade aus rechts im Eck aus dem Augenwinkel ein paar Banditen gesehen. Das glaube ich nicht. Du hast mir die Karre geklaut und dann auch die Party versaut. Junge, Junge. Ja, das gibt jetzt Ärger. Ich frage mich, von welcher Party die sprechen. Ich glaube, die sprechen von der Party, die wir vor, ich weiß nicht, vor 8, 9, vielleicht sogar 10 Folgen gefeiert haben. Das war hier unten. Oben seht ihr das. Ähm. An diesem Wasser. An diesem Pool. Da haben wir nämlich gegrillt, Musik gemacht und ein Auto gestohlen. Natürlich alles nur für den guten Zweck, ihr wisst ja. Wir machen das ja alles nicht zum Spaß. So. Dann gießen wir mal ein paar Blümchen. Dupi, 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 dupi. Ah, schaut mal. Ein Gänseblümchen. Zwei Gänseblümchen. Und die werden uns dann wahrscheinlich auf diesen Steg bringen. Und der Steg führt zu einem hauchdünnen Seil. Okay. Jetzt sollten wir vorsichtig sein. Bloß nicht zu schnell. Und auch nicht zu langsam. Aber das haben wir super gemacht. Und wir haben notfalls auch noch das Huhn. Deswegen habe ich die Pharmaverkleidung noch angelassen. Das ist ein Farbwechsler. Kommt schon. Das ist wirklich ein Farbwechsler. Das sehe ich doch. Ja, richtig. In der Farbe Blau. Und ich sehe das jetzt schon von Weitem. Das brauchen wir nämlich, um diese Leiter zu aktivieren. Genau. Davor schauen wir noch kurz mit dem Feuerwehrmann, was da drin ist. Irgendwas Wichtiges? Ein Superstein. Na, wenn wir schon so viel auf den Weg hierher bekommen, werden wir sicherlich gleich etwas bauen. Und da vorne sehe ich schon eine Platte. Richtig geraten. Hier wird gleich etwas gebaut. Und wir müssen jetzt auch gleich gegenüber vom Herbert Hotel sein. Sicherlich werden wir da irgendwie was abhören können. Vielleicht mit dem Audio-Scan. So, da ist auch noch ein Superstein. Ups, eins zu viel gewechselt. Tut mir leid. Und wenn wir diesen Superstein haben, werden wir, glaube ich, auf jeden Fall genug haben, um zu bauen. Kurz schauen, was hier hinten ist. Das machen wir noch kaputt. Wahrscheinlich eh nicht so wichtig. Gut. Dann war es das erste Mal. Und jetzt wird gebaut. Ich bin gespannt, was gebaut wird. Ein Paradies-Pool. Wow. Seht euch das mal an. Kann das bitte irgendjemand nachbauen? Kann das bitte irgendjemand aus Lego nachbauen? Das muss nicht eins zu eins sein. Aber so eh nicht nachbauen und mir dann ein Foto schicken? Und mich auf Instagram oder Twitter taggen? Schickt mir das bitte. Ich will das unbedingt sehen. Das sieht ja hammermäßig aus. So, jetzt haben wir hier noch einen Ball. Wir füllen noch kurz als Feuerwehrmann das Wasserbecken. Damit auch die Besucher hier baden können. Machen wir das hier von oben. Ist, glaube ich, einfacher. Okay, und jetzt sind wir soweit durch. Wow. Oh, ich glaube, diesen Ball können wir dazu verwenden, um etwas zu aktivieren. Wie genau und was genau, weiß ich zwar noch nicht. Aber das sehen wir gleich. Wir fragen einfach mal den Stats. Ah, verstehe. Und wir kommen hier hoch. Oh, der Chase McCain. Immer wieder auf Risiko. Ja, das ist wohl wahr. So, jetzt können wir hier was deaktivieren. Wenn wir die passende Farbe haben, haben wir natürlich wieder nicht. Das heißt, irgendwo hier muss ein Farbwechsel sein. Hier ist irgendetwas. Für den Astronauten. So, gießen wir hier kurz. Hier läuft wieder gute Musik. Hört ihr das? Dup-chack, 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 dup-chack. Sehr gut. Okay. Kripping. Blumentöpfe gegossen. Eins von 20. Das heißt, man kann in Lego City 20 Blumentöpfe gießen. Oh, eine ganze Menge Arbeit, muss ich sagen. Was haben wir hier? Einen Kasten. Und damit bauen wir bestimmt etwas sicherlich ein... Oh, kein Farbwechsel. Ein kleines Auto mit Dynamit. Und das werden wir jetzt wahrscheinlich darüber manövrieren, damit irgendetwas Wichtiges passiert. Genau zu diesem Gestell. Und so wie das aussieht, liegen da Bauteile für den Farbwechsel. Okay, bevor das Dynamit dann sprengt, müssen wir uns beeilen und das Auto vorsichtig und rechtzeitig da rüberbringen. Oh, es wird knapp, es wird knapp, es wird knapp, es wird knapp. Nein! Oh! Geschafft. Piu. Gut. Geschafft. Super. Da mal hinterher. Schnell hinterher. Und da ist der Farbwechsel. Den brauchen wir, um das letzte bisschen zu aktivieren. Perfekt. Wir haben den grünen Farbwechsel. Und jetzt kommen wir zu diesem komischen Teil, was auch immer das ist. Da wird bestimmt irgendwas rausfahren. Oh ja, wir sollten noch kurz die Verkleidung wechseln zum... unseren Kollegen, den Astronauten. So, angekommen. Was haben wir hier zu aktivieren? Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Was zum Teufel ist das hier? Ich weiß es nicht. So, aufgepasst, aufgepasst. Ah, da fährt was raus. Ein Katapult. Okay, warum nicht? Und jetzt sind wir auf dem Hörbart-Hotel. Perfekt. Zumindest gegenüber davon. Leon vs. Oh nein. Chase McCain. Der Arme. Das Katapult war wohl nicht stark genug. Der Arme. Gut. Jetzt müssen wir noch hier aufs Dach und dann sind wir drüben. Moment, wir brauchen die Feuerwehr. Sonst wird das hier nichts. Dann knacken wir noch den Safe. Und dann sind wir auf dem Dach. Gegenüber vom Hörbart-Hotel. Und da können wir dann beobachten, was Vini Papalado mit seinem Kontaktmann bespricht. Ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt, was jetzt rauskommen wird. Wahrscheinlich erfahren wir mehr über die Bandeszüge hier in Lego City. Warum alles geklaut wird. Zumindest hoffe ich das. Gleich werden wir es sehen. Ach, das ist das Hörbart-Hotel. Das ist Rex. Vini arbeitet also tatsächlich für ihn. Da komme ich niemals hin. Was reden die bloß? Das wollen wir sofort abhören. Rex ist tatsächlich dort drüben. Was fühlen sie im Schilde? Also. Der Scanner ist an. Wir zoomen rein. Und hören uns das Ganze mal ganz genau an. Ich habe schon die ganzen Wagen für euch besorgen lassen. Den T-Rex habe ich auch beschafft. Und den Riesensmaragd. Und das Boot. Hast du eine Ahnung, was das für ein Aufwand für meine Jungs war? Ich habe da noch mehr Zeug auf meiner Einkaufsliste, Vini. Und du wirst es mir beschaffen. Du hast mich nicht mal für den anderen Kram bezahlt. Ich habe auch Kosten. Und die Bilder, die du mir gegeben hast, taugen nichts. Was soll das heißen? Das waren Bricassos. Echt? Sehen mehr wie Gesichter aus. Beschaff einfach das Zeug, Vini. Oder ich muss dich ersetzen. Interessant. Rex Fury treibt mich zur Weißglut. Wir erledigen die ganze Arbeit und halten den Kopf hin und er behandelt uns wie Affen und bezahlt uns mit, äh, Erdnissen? Tschüss, wie viel hast du gehört? Nichts. Bis auf den Namen Rex Fury. Ach, ist dir auch egal. Ja, er ist der Privatkäufer, für den ich arbeite. Aber jetzt hat er den Bogen überspannt. So lässt sich ein Papalardo von niemandem... Okay, sorry, wir unterbrechen kurz das Gespräch, weil wir hier einen Alien aktiviert haben. Und den verfolgen wir ganz kurz. Und ich glaube, dadurch wird die ganze Szene nochmal wiederholt. Also das Gespräch von Vini Capalardo. Ist aber nicht schlimm. So, mein lieber kleiner Alien-Freund. Die schnappen wir kurz. Ey, stehen bleiben, nicht so schnell. Da flüchtet er tatsächlich. Ei, 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 ei. Haben wir dich. Geschafft. Beigeschaltet, beziehungsweise ihr links gestoppt, eins von 17. Jetzt können wir weiterfahren. Rex Fury treibt mich zur Weißglut. Wir erledigen die ganze Arbeit und halten den Kopf hin und er behandelt uns wie Affen und bezahlt uns mit... Äh... Erdnüssen? Cheese? Wie viel hast du gehört? Nichts. Bis auf den Namen Rex Fury. Ach, ist dir auch egal. Ja, er ist der Privatkäufer, für den ich arbeite. Aber jetzt hat er den Bogen überspannt. So lässt sich ein Papalardo von niemandem behandeln. Wir machen jetzt unser eigenes Ding. Was schwebt dir denn vor? Der größte Fisch von ganz Lego City. Der Walhai aus dem Aquarium? Nein, nicht so ein Fisch. Ich meinte Forrest Blackwell, den Immobilienmogul, Kühlschrankmagnaten und eigentlichen König der Stadt. Forrest Blackwell? Moe wird dich mit dem Löschboot einsammeln. Los jetzt. Okay, Winnie. Ich kann meine Tarnung noch nicht aufgeben. Nicht bevor ich Rex hab. Okay, das ist wirklich super interessant. Forrest Blackwell steckt also in der Sache mit drin. Ha. Ich bin echt gespannt, wie das Abenteuer weitergehen wird. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr die nächste Folge sehen möchtet, klingt einfach auf rechts oben, da geht es weiter. Oder rechts unten, da ist ein Videovorschlag für euch, wird euch sicherlich auch gefallen. Die Links gibt es wie gewohnt in der Videobeschreibung. Und ganz wichtig ist nicht zu vergessen, unbedingt abonnieren, sonst verpasst ihr was. Ciao.